Ja hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sushi Und wie versprochen mache ich genau an derselben Stelle weiter, wo wir aufgehört haben Ich habe jetzt nur meine Menschlichkeit verbraucht und aktiviert, damit ich das Leuchtfeuer unten entfachen konnte damit ich mehr von diesen Heiltrinken nutzen kann Wenn man nämlich als Mensch die Leuchtfeuer entfacht, dann kriegt man an dem Leuchtfeuermär Estus Flakon Was genau mir das noch bringt, wenn ich Mensch bin und Menschlichkeit verbrauchen tue, weiß ich nicht so genau Aber, naja, Rätsel sind doch gelöst worden Ich habe jetzt auch erstmal vor, den Ritter vom letzten Mal erstmal in den Arsch zu treten Ich bin mal gespannt und hoffe natürlich, dass mir das gelingt Jetzt komme ich gar nicht rüber, ich muss... Ich bin gleich davor Gegen das Skelett da vorne will ich nicht kämpfen Deswegen habe ich jetzt das Wurfmesser verhindert Deswegen habe ich jetzt das Wurfmesser verhindert Und... Ja... Lassen wir den auch noch Bringt gute Erfahrung Gute Seelen Kann man immer gebrauchen Ach... Au... Da kam ich höchst Ja... Können wir von da oben rücken wir mal runter oder... In den Hüllen zur Datenrüstung... Na, kommst runter... Da hab ich wohl noch ein wenig... Da hab ich wohl noch ein wenig... Luft... So... Dich erwische ich auch noch Du störst mich sonst bei meinem Vorhaben Zack... Weg mit dir Ganz konsequent adäquat mal entsorgt Ach... Ach... Diese herrlichen Ausblicke die man hier am meisten zum hat Oh... Nochmal... Fässer Hm... Er ist hier aber auch nicht... Sind da oben was versteckt? Nö... Nix versteckt So... Ich komme... Dann ist Abrechnung... Zahltag... Wie ich mit dir genauso wie mit denen hier... Ich weiß nicht... Wäre es... Wäre bestimmt ratsam... Vielleicht jetzt schon... Das Leben voll zu tun... Oder... Hm... Nein... Ich warte ab... Sonst ist das wahrscheinlich eine Verschinderung von Estos Flakonen... Ich habe letztens festgestellt dass... Man dich hier drin sehr schlecht bekämpfen kann... Na... Wo bleibst du? Ich höre doch Schritte... Bist du mir nicht hinterher gekommen? Hallo? Doch... Bist du... Warum... Ha... Lol... Du hast dich da schon zur Ruhe hingelegt... Guck mal... Da stehen ein paar Brandbomben... Höh... Da sind nur 11... Aha... 730... Oh... Das zählt den ja so richtig gar nichts ab... Au... Nein... Da habe ich mich jetzt aber... Sehr dumm angestellt... Sehr dumm angestellt... Oh Gott... Ich bin wahrscheinlich auch ein wenig zu langsam... Jo... Ich werde es einfach nochmal probieren... Kann ja nicht angehen... Das... Weg mit euch... So... Kann ja sein dass wenn ich renne mache ich mehr... Krach... Und... Lock mehr Gegner an... Nö... Selber Krach wie immer... Selber Gegner wie immer... Ja komm schon... Und... Und... Zack... Oh... Erstmal wieder meine Leiche bergen... Ah... Ich habe auch wieder meine Menschlichkeit verloren... Also... Meine Gestalt... Als Mensch... Ja... ... Wo kommst du denn das einmal her? Ich stehe schon direkt vor dir und du triffst mich nicht mit deiner Armpost. Schlecht, ganz schlecht. Oh, ich habe auch meine Menschlichkeit wieder zurück, die 5 Punkte, bin ich super. Ich muss aber den Ritter da irgendwie wegkriegen können, muss da zu schaffen sein. Blinden, dann Langschwert. Oh Gott. Nein, ich bleibe bei meinem Schwert. Das macht sehr gut Schaden. Ein letztes Mal probiere ich das noch. Dann müsste er doch zu schaffen sein. Bin ich mir sicher. Oh ja. Na komm. Brut, brut, brut. Dann hängst du wieder unten fest. Dann muss ich dich wieder rausholen. Dann. Dann.